hallo herzlich willkommen bei mini golf wir begrüßen hier den tb und in gb hallo so wir wollen mein online spiel machen gehen wir gleich mal rauf da so erstellen wir mal eins auf was habt ihr lust giant home nightmare menschen oder center's factory okay dann fangen wir mit der ente mann okay so gleich geht's los so mal gucken wir hier wen abzieht ich gewinne na tb hat ja schon wieder heimlich geübt ja ja hätte ich jetzt auch gesagt jetzt hier für eine bahn wieder ja gut okay probieren wir es mal ist das dort vorne offen das ist da vorne offen ja und was da für eine dreck sauer ich bin schon am boden da geht's lang so wer ist vorne ach tb ist vorne geht gar nicht ich schlagen wir gleich mal weg durch wie schon drin alle fertig oder frank wie sieht es bei dir aus gerade nichts nicht so doll und nicht so soll er der 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 mund erweisten aufreißt ja ist meistens so ne kann ja noch mal nebenbei die strecke bewerten zu spät tut mir leid für die ok nächste runde das war zum warm werden toll und ich habe nicht diesen tollen juwel gekriegt so ein missau nein nein ich wollte schneller sein ja da kann leider nur einer bei rauf da scheiße ja frank du oder ich zuerst wer als erster schlägt gewinnt ich bin mit oben ja witzig das ist ja prima so so zack und und juwel gekriegt allerbest nur noch ab ins loch mhm scheint so ja mal ein bisschen umgucken hier guck mal kann auch nebenbei basketball spielen hier hängt irgendwo ein korb wo ist denn er jetzt ach da hinten hat sie schröder hallo atze der gerade ein paar gemacht hat und am letzten platz ist wunderbar also pan hier live das ist jetzt nicht so gerade ich weiß nicht oh ok und pfff achso obwohl auch nicht blöd ne hehehehe das mach ich auch hehehehe 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 hallo holl'n one ich auch und tb verkackt ich krieg mal zwei geht ja gar nicht das tut mir leid das tut mir so leid so guck mal die haben werbung eingebaut hier das ist auch von castle storm ja genau jetzt über hier links oder rechts tv zeigt schon wo es lang geht was habe ich gemacht verdammt ich hänge hier zwischen den beiden bananen verdammt und ne wie blöd das krieg ich ja hier gar nicht geregelt so ein blödsinn hier scheiße ihr seid schon drin ne abgebremst ich habe es nicht ist es auch so ein vr werbung machen ja ich würde mal sagen trimmel hat jemand von euch schon mal tecken ausprobiert ja da kannst du unter durch das ist gar nicht richtig gebaut da auf scheiße warum komme ich wieder raus ich habe keine ahnung nein daneben zu weit ich bin schon drin sind keine haare drum oder das tut mir leid tollen doppel boogie kommandant und liebe abgezogen sogar erster das geht gar nicht das ist ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich habe mal gesagt ich gewinne streber warum mache ich warum schlage ich eigentlich wenn ich doch weiß da ist die schranke noch gar nicht unten voll nicht aufgepasst ich weiß es nicht egal er ist schon drin ne habe ich nicht dann müsste ich zurückschlagen das ist auch wieder blöd ist das denn die möglichkeit hier ist zu fest lacht du mal so dreckig du auf dem dritten platz da triple boogie nein nein das ist doch nicht wahr was mache ich hier ja dann erzählt man den leuten was haltet ihr von diesem mini golf spiel ich finde es super das beste daran ist auch wie machst du das ja ich war halt gut ne ähm ja ich muss ja aufholen so ich habe euch erst nur gewinnen lassen ne nein ich wollte nur sagen das gute an diesem spiel ist ja halt auch dass die leute auch zusammenspielen können die auch keine vr brille haben ja das finde ich zum beispiel richtig toll aber dieses spiel ist aber auch glaube ich plattform übergreifen kann das sein ich glaube ich habe da irgendwie was mitgekriegt also für andere konsolen oder so ist das auch zu spielen hm zweiter oh nein ich sehe nur grad wer gewonnen hat oh nein das finde ich nicht gut das ist nicht toll jetzt hat frank gewonnen und er hat das er hat das heraufbeschworen er wusste es ist es ist fantastisch der mann der mann kann hell sehen also der mann kann hell sehen ach ja was wer ist wer hat hier was rumgetüdelt wer macht hier gerade was ich will ein spiel erstarten ich auch alle im hauptmenü ok mhm ah jetzt klappt es ok wunderbar ja ja ihr habt ihr habt jetzt nur so getan als werdet ihr im hauptmenü ihr schummelt ne ich war die ganze zeit im hauptmenü hier fliegen mich dann Fledermäuse um die ohren ja das ist das kommt richtig toll wenn die Fledermäuse ins gesicht fliegen ja 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 super gemacht ja ok jetzt haben wir hier so ein bisschen halloween stimmung ich drehe mich nur ich hab hier das nicht warum ärgern mich die leute warum ärgern sie mich immer das ist ja doof so wollte ich das jetzt nicht ich krieg dieses blöde juwel nicht ich krieg dieses blöde juwel nicht ja wohl hoffe ich so gleich einsaugen lassen wunderbar jetzt sind wir drinnen ist er schon drin so wie da nur zweiter oh ne guck mal da vorne wird gefegt ich hab die achte geh mal weg ich sehe nix so moment okay wie jetzt hast eingeloggt oder was ja ist doch nicht wahr nö ich hüpfe mal so im garten rum ne ja ich wollte eigentlich nur die 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 juwelen haben da wurde eigentlich gar nicht ah super ein birdie oh jetzt mal dritter geht gar nicht oh ne diese 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 flug boost hier das krieg ich aber nicht gebacken irgendwie wo muss man denn hin nach hinten wo nach hinten wo nach hinten andere seite werden diese bahn gebaut schafft man das ne das schafft man nicht man braucht diesen diesen wie abgespaced ist das denn wie hast du das jetzt bitte gemacht ah so okay joa sieht so aus scheiße dieser alte fernseher den man vor sich sieht wenn man bei den anderen spielern zugucken kann das ist so genial gemacht ja das stimmt kann ich noch mal ein bisschen die anderen zugucken hier gleich eine bärenfalle am anfang wo okay hat nicht gereicht bis dahin muss ich noch ganz das hat sich so angehört als ob da jemand eingeloggt hat ja zu wenig schwung muss ich dann mit voller schwung auf hier oder da musst du volle pole ja super ok man kann leider nicht so rüberwürfen solange es euch gut geht geht es mir auch gut ich warte auf euch ist alles schön alles gut ich habe meine 20 schon schlag 9 ja jetzt wird noch ein holen worden ach du meine güte jetzt hat mich der besen rausgeschmissen ja gut ok das sind dann 350 punkte plus 2000 plus ok doch ein bisschen aber nicht viel knapp mal gucken ob wir das geändert kriegen ja drinnen ich auch hast du abgeixt hier oder was jetzt ich bin verwirrt die ganzen klappe gewesen die folge noch mal glück gehabt gerade noch so dran vorbei das hauptmenü habe ich schon gewundert ich habe dich hier vorne gesehen an dieser rangliste da war bei dir nix da war nix ja ein großes alles und ja dann würde ich mal sagen bist du dritter ne herrlich das ist schlecht und ich kann dich nicht in die party einladen glaube ich das problem ist wenn ich dich in die party glaube ich jetzt einladen würde dann würde die aufnahme aufhören könnte sein du siehst uns ach so das heißt dass du im hauptmenü zwar bist aber noch mit uns in der gruppe ja ok gut wir haben noch wir haben noch zwei wir haben noch zwei bälle die die können wir sonst noch mal machen die wir nicht vielleicht nicht schafft ihr nicht mehr eigentlich können wir gleich aufhören das ist jetzt langweilig können wir gleich aufhören wieso mir macht spaß ja dir ja pfff der fragt schon nach mir ne wenn ich wüsste wie das geht hätte ich es vielleicht getan was ist das denn hier für eine bar ne viel zu fest viel zu fest viel zu fest jetzt fand ich auch noch raus so ja guten appetit gerne fanny frisch ja ich habe auch letztens gekauft die mit paparoni sind auch nicht schlecht das war warum tust du denn sowas findest du findest du ich finde ich schon ganz gut ja nicht option werden hier das geht ja gar nicht ich verstehe ja ich bin rüber gekommen wunderbar ich glaube die wir trotzdem gewonnen ich bin schon drin ja ja hat gewonnen genau so ich sehe dich 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 auch ja knisper auch nicht so viel hier ja ja jetzt auch gesagt okay es geht los prüfe gruppe so jetzt machen wir das letzte turnier und danach gehen wir alle ins bett feierabend schluss aufs ende ja ja ich ich krieg das nicht hin mit dieser fernsteuerung ich habe keine ahnung wie das funktioniert was soll denn das hier ok wieso sagt er nicht ganz nach oben tb erklär mir das ja wie kommt denn der ball da ganz hoch das geht ja nicht irgendwie muss er das ja geschafft haben springende bälle auch wunderbar ich verstehe das nicht ich komme na los geh hoch geh hoch geht nicht wie bist du rüber gekommen was hast du gemacht tja gb das sieht schlecht aus wie uns war da hast du mal ganz schön recht ja anscheinend hat er das aber hingekriegt ich habe nur keine ahnung wie wie wäre es wenn du meinen auch mal einsaugen würdest er hat sich auch ein bisschen pervers an ey blas mal hier lauf mal hin saug mal oh er hat ihn eingesaugt ist ja wahnsinn und ich mit meiner vr brille bin ich jetzt gerade im rohr ich gucke euch schon zu weil ich habe schon meine schläge alle verbraucht das ist nicht gut nix ja das war nichts tolles oh ja du führst mit 40 punkten ich bin begeistert ach nee 46 sogar du bist ein hecht scheiße zu früh benutzt oder wie macht man da oh shit Die Bär spielt es etwa nicht mit der VR-Brille? Doch. Ach ne, ich meinte, Entschuldigung, ich meinte TB eigentlich. Nein, ich guck, sie kommen doch nicht hoch. Ich suche jetzt auch nicht gerade. Ich bin rausgeflogen, so ein Mist. So, und gerade jetzt fehlt mir die Rakete, das ist ja wieder toll. Ah, jetzt haben wir es. Cola, 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 das dauert ein bisschen. Cola eine ganze Weile, die dauern, das dauert länger, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rollen sie noch heute, oder? Sag mal, sind wir mal fertig hier, oder was? Nicht reingehen, nicht reingehen, okay. Also TB, hol dir nochmal Smashbox, wir müssen auch nochmal ein Video von machen. Hm. Hm. Ja. Also Smash macht Spaß. Mach er smash. Achso. Ja, weil es gerade im Angebot ist, meinst du, ne? Ja, okay. Okay, ich könnte es verstehen. Wow. Der hat mich ja voll rausgehauen. Ja. Oh, ähm. Achso. Schneckentembo hier. Oh, nee. War doch ein bisschen zu doll. Geht doch. Also, da lassen sich einige Leute eine Bahn einfallen. Ey, das ist Wahnsinn. Nur zur Info, man kann auch Bahn selber erstellen, ne? Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Richtig. Ganz viele. Ganz, 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 ganz viele. Oh, nee. Bin umgedreht. Tibir schuld. Tibir schuld. Oh, Gott. Nee. Hm, oh, wie schade. Nee, ich kenne dich auch besser. Aber irgendwie ist heute auch nicht so mein Tag. Ich weiß auch nicht. Und das geht an mir. Gehe ich auch von aus. Atze, atze. Atze geht ab hier, ey. Atze geht ab. Jawohl. Das war voll schwer. Mega schwer. Und ich wette, ich habe mehr Punkte wie du. Doch nicht. Warum nicht? Hm. Da haben wir wieder's. Hm. Was ist das denn für ein Ding? Was steht denn da oben? Da hat jemand was geschrieben. Uhr, singen, go oder was? Wo steht da hin? Ach so. Da hat ja jemand richtig lange Weile gehabt. Wenn er ein richtig geiler Typ ist, der versucht die Bahn oben lang zu fahren, oder? Ja, den hast du verschenkt, tb. Oh, nee. Schon wieder so ein Saugding. Sag mal, wo ist überhaupt die Fahne da vorne? Ach so, da. Ach, scheiße. Ha, wie geht das? Tja. Ich cheate mal. Das funktioniert nicht. On. Los. Zieh ihn rein. Saug ihn. Nimm das Ding jetzt. Saug ihn auf, Tiger. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Oh, Baby. Oh, Toll. Jetzt hab ich in die falsche Rechnung gehauen. Oh Gott, ey. Ich hab null Punkte. 1200. Die Bälle freuen sich schon und springen nur rum hier. Bälle und Löcher, ne? Ups. Wie? Ja, das war nix. Okay. Also, es gibt auch Bahnen, die sind mega Schwachsinn. Ich bewerte auch mal. Wann kommt denn das? Gar nicht. Scheiße. Okay. Ja, wie hab ich das noch hingekriegt? Ich weiß es nicht. Das ist schon wieder etwas. Achso, es geht noch weiter. Wo bin ich? Oh, voll auf Kante. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich seh's von oben. Wie bist du da hingekommen? Ja, ich hab da rüber geschlagen. Von der einen Seite. Da ist noch so ein bisschen Bande frei und da hab ich dann einfach so rüber geschossen. Da wo TB jetzt ist, da einfach so rüber so. Ja, meiner blieb genau auf der Kante. Der war auch schon fast runtergefallen, ja. Oh, der hat auch eine ganz tolle Bewertung gekriegt. 52 Stück und wovon auch ein Kotzzeichen ist. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Bahn basteln. Hast du denn schon eine Bahn gebastelt? Ich noch nicht, nee. Ach, meinetwegen beide. Okay. Ich hänge immer noch am Abschlag. So, also es kann noch Moment dauern bei mir. Ja, lasst dir Zeit. Wir haben eine Stunde Zeit für dieses Video. Und ich hab noch keine Ahnung, wie viel wir überhaupt davon schon gespielt haben. Deswegen. Also wenn das Turnier fertig ist, dann würde ich sowieso die Aufnahme stoppen und dann geht's aber noch nicht ins Internet. Nicht sofort. Sonst leckt die Leitung. Sonst leckt Sonst leckt die Leitung. Wie komm ich da? Da muss ja auch mal was lustiges voll rauskommen. Oh, stopp, 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 stopp. Oha, wir tun sowas. Ey, was ist denn hier los? Ich bin Erster. Was ist denn hier los? Ich bin auf Platz 1. Ich ziehe euch alle ab jetzt. Alle. Alle, wie ihr da seid. Scheiße, das war kackig. Ich guck erstmal. Macht mal. Ja, hier habe ich mir gedacht. Da fliegt man runter, wenn man nicht gleichzeitig drauf ist. Das war mir schon so skurril. Ja, ich trau mich nicht. Ich mach mal vor. Und bin wieder auf dem Boden. Okay. Okay. Mach du mal. Bin dabei. Okay. Ach so, da geht's raus. Scheiße. Oh nein, verdammt, was habe ich getan? Ich hätte es nicht tun dürfen. Wieso habe ich es jetzt nicht geschafft? Damit du was zu fragen hast. Das ist mal eine gute Antwort. Das war cool. Oh, jetzt muss ich hier ganz blöd gucken, sonst sehe ich hier... Oh, ich sehe hier nichts. Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich hier meine Nase gegen die Tischkante haue, weil ich mich so bücken muss. Ja, irgendwie... Was ist denn jetzt hier das Problem? Bin ich jetzt hier drin? Bin ich schon drin? Nee, ich bin rausgeflogen. Oh, stimmt. Oh nein. Das... Ich hänge... Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ich kriege weder einen Pfeil angezeigt, noch sonst irgendwas. Okay. Nee, warte mal, dann musst du, glaube ich, mal Kreis drücken. Habe ich gerade, aber es hat irgendwie... Jetzt geht's wieder. Wo bin ich denn? Wo ist denn mein Ball? Nein! Ja. Ach, nee. Ich... Ich bin nach unten. Ah, okay. Ich komme wieder runter. Hm. Macht aber nix, weil ich bin da. Ja. Jetzt bin ich da. Toll. Und jetzt ist dieses blöde Rad da im Weg. Und ich habe so noch einen Schlag. Ich sehe überhaupt nichts. Ich traue mich noch als Brett vor mir. Jetzt sehe ich was. Ja, musst du auch mit deinem Kopf gegen deinen Tisch drücken und so. Ich musste aufstehen. Oh, ich bin aus. Verdammt, daneben. Scheiße. Ach, sei doch ruhig. Guck mal, voll der Loser, ey. Zweiter. Aber ich kann noch aufholen. Du kannst es noch verkacken. Das schaffe ich. Das schaffe ich gleich. Ich schaffe ein Hole in One. Mist, doch nicht. Na, TB, wo bist du? Mist. Da ist ein Aufzug. Oh, oh, oh. Nein. Noch bin ich da. Ah. Alles geil. Das war richtig fies. Die Bahn war irgendwo auch lustig. Krieg eine Bewertung. Pa. Ah. Angeber. So ein Angeber. Warum hat der Erste und der Dritte dieses Kreuz drin? Was für ein Kreuz? Der hat jetzt gewonnen. Also bei mir hat TB und ich bin jetzt mit so einem roten Kreuz drin. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich auch nicht. Also bei mir. Das DRK ist hier nicht. den Postboden zerfleischt. Ja. Ich würde mal sagen, das war das Online-Spiel. Das war ein Online-Spiel. Das war ein Online-Spiel. Oh. Und wir schlagen ihn vor. Kauft euch auch das Spiel. Dann spielen wir mal zusammen Turnier. Alles klar? Definitiv. Super. Okay. 8, glaube ich. Ja, ja. Ja, eben. Das ist ja auch das Gute daran. So. Also, schaltet ein. Wieder. Beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Oh, Hilfe. Oh, ich fett hier wahnsinnig. Okay, bis denn. Das war's auch nicht-